Gerade jetzt im Winter hat man zwei Probleme. Erstens, es ist kalt und zweitens, man ist Zelda-Fan und will es aber auch unbedingt nach außen zeigen. Und wie macht man es im Winter am besten? Natürlich hier mit unserem Zelda-Schal mit Mütze. Ist natürlich passend zu Link gestaltet und das hilft natürlich auch allen, die sich denken, jetzt bin ich raus, ich habe meine Mütze vergessen, kein Problem, denn die ist hier mit dran. Ansonsten denkt ihr euch, ich habe meinen Schal vergessen, auch kein Problem, denn der ist auch dran. Und die, die sich jetzt denken, was mache ich denn mit meinen Handschuhen? Das ist auch überhaupt kein Problem, denn hier unter den Sets von Zelda habt ihr so kleine Eingrifftaschen, also richtig schön einkuscheln könnt. Das ist auch richtig warm und kuschelig, denn das ist ja doppellagig, das heißt gleich doppelte Wärme und ist hier auch noch mit weichem Vlies ausgestattet. Ja, das ist richtig schön warm und flauschig und das wohl aller allerbeste daran ist, dass ihr damit rausgehen könnt in die Kälte, ohne dass euch die Ohren abfrieren, denn hier habt ihr noch mal extra Ohren dran. Ich glaube, ich habe im Winter noch nie besser ausgesehen.